Bitte nicht wundern, dass ich heute hier stehe und vor allen Dingen Ihnen eine Torte präsentiere. Sie sind ganz richtig bei Senf oder Ketchup, aber es ist heute die 50. Ausgabe und deswegen gibt es für dich, lieber Netto, eine Torte, heute als Nachspeise natürlich. Vorher natürlich Senf oder Ketchup und umgedrehte Rollen, weil heute werde ich moderieren und du wirst mir Rede und Antwort stehen. Ja, ja, das machtest du dich schon, das ist gut so. Du bist mir ausgeliefert heute. Aber du weißt, um sozusagen eine lockere Atmosphäre zu schaffen, werden wir ein bisschen was essen. Was meinst du, Senf oder Ketchup?